recht herzlich willkommen zur vierzehnten folge von okay hier sind wir und wir sollen da oben den agenten abholen und eskortieren allerdings bin ich gerade am überlegen aber nicht schnellstens noch warte mal wir sind hier noch am stehen wenn eine truppe nachziehen ich glaube dass wir da bestimmt sinn machen dass wir noch sagt schon militär uns holen wo müssen wir noch mal hin hier ins gasthof genau da gibt es militär oder händler siedler bautrupp händler siedler bautrupp ach da soll man spielen spielen ich warte ach quack wir sind hier total verkehrt da ist richtig so was gibt es bilden meister blieden meister kenne ich auch nicht was das heißt landwehr aber ich nehme einfach den wo wir dafür alles haben dann wird er ausgebildet kommen hier sehen am balken oder wie lange das noch dauert aber wir müssen aus dem wieder raus aus dem auch um zu sehen dass es schneller wird das ein bisschen doof gemacht dass wenn man sich das anguckt dass es dann in pause ist finde ich jetzt nicht so doll gut der weitergelaufen darum nennen oder enttäuscht man sieht nicht so aus so da unten sind rote kräfte zu sehen oder wie sehe ich das in der sommer oder sie dieses gegners okay da haben wir dann noch im trupp was soweit ja soweit genau das mal loben da sollen wir genau bis hierhin ziel nicht erreichbar ob jeder stein ist nicht machbar aber der rest die laufen sogar da komischerweise die straße lang wollte ich gerade sagen aber so richtig auch nicht die sind so ein bisschen betrunken schon glaube oder so auf die stadt getippt das wollte ich aber gar nicht nein ich wollte nicht auf die stadt tippen ich wollte einfach nur meine drei truppen haben und dann hochlaufen so und jetzt gehen wir zum obelisken und gucken mal gerade banditen kommen da auch noch super am obelisken an die ich glaube jetzt kämpfen wir tatsächlich alle oder wie sehe ich das nicht wirklich oder okay aber die hatten keine chance gegen uns jetzt müssen wir dahin bist du bereit dafür eudokias agent geleitschutz zu gewähren ja da kommt er so viel gelaufe vor wie schnell ist der denn alter schwede schnellstens der agent das war der gar nicht oder was muss er denn ach der begibt sich nach so viel alles klar truppen schneller so weit da ist er doch okay in diesem schicken kleinen karren ist unterwegs so weit okay jetzt haben wir es eingeholt muss das sein was so weit ich glaube wir sind mit drei truppen ganz gut ausgestattet da wird uns keiner was anhaben können da sollen wir hin ja da sollte er das sind für die tatschen dass wir der gegner oder so da sollen wir hin muss das sein ja muss sein wir sind auf dem weg nach so viel halt gut muss das passiert ja auch nichts vielleicht waren dass die banditen auch am obelisken die wir sofort erwischt haben was so weit ach menno ok da oben ist ein turm da ist die straße nicht mehr heiler hat dieser kaputt gemacht ok da sollen wir hin genau da wird gekämpft kann natürlich im wald nicht sehen alles klar wahrscheinlich wenn wir da gleich gewonnen oder siegreich rauskommen ja hier das kann man zu machen da sollen wir hier ist das schon zu ende an jeder kämpfe noch welche aber naja ok da sollen wir hin truppe finden sich da im kampf genau muss das sein dann lass die mal kämpfen ach menno ich glaube wir sind die roten und haben die überhand oder so weit wird da oben denn das fertig werden oder eher nicht da sollen wir hin ja wartet ihr mal da die frage ob sie rüber unten hin wollen oder da oben endlich hat die kutsche die stadt sofia erreicht und noch immer rätselt leon welchen auftrag der agent der kaiserin haben könnte doch als leon ihn in empfang nehmen will erwartet ihnen eine überraschung es ist eudokia selbst sie hat die mühen einer reise in verkleidung auf sich genommen um eine nachricht zu überbringen für die kein boote geeignet ist warners wütend gegen leon er wächst nicht ausschließlich seiner gie auf den thron ihn treibt die eifersucht auf den mann an dem die kaiserin mehr als nur politisch gefallen gefunden hat diese neuigkeit verwirrt leon denn die kaiserin war für ihn stets unerreichbar doch mit jeder stunde die sie in leons nähe verbringt wird offensichtlich dass eudokia tatsächlich gefallen an den jungen feldherrn gefunden hat und plötzlich scheint das unmögliche zum greifen nah am nächsten morgen wissen leon und die kaiserin dass sie füreinander bestimmt sind und dass sie alles überwinden werden was sie jetzt noch voneinander trennt super mein lieber leon wir werden warners intrigen gemeinsam begegnen gewiss noch erwartet sich in konstantinopel der tod doch deine familie ist geachtet die fehlt nur der richtige titel um von den senatoren gehört zu werden wenn du ihnen erst auf augenhöhe begegnest kann ich auch deinen fall neu verhandeln lassen so neue aufgaben so jetzt nur einen geschäftlichen rang verbessern dann werden wir bei konstantinopel der welt zeigen wer wir sind ok nächste ziel erlangt den rang baron müssen wir erreichen schön wenn ich wüsste wo unser rang jetzt steht hier auch gut noch ein paar tipps darunter schön na klar wenn eine große stadt hast du so größeren gespielsanspruch naja ok am einfachsten erhöhst du deinen rang indem du neue städte gründest allerdings erhöht sich der gebietsanspruch einer stadt auch indem sie wächst du solltest also zum einen neue städte gründen zum anderen aber auch in deinen bisherigen städten neue betriebe errichten sofern das sinnvoll ist ok so der waldkampf ist ja wohl vorbei was hat dann auch klappt sind die denn jetzt alle hier in der kaserne gelaufen oder wie truppen truppen kann ich dir sehen kann ich nicht sehen das ist teuer wahrscheinlich ok ist jetzt auch nicht so wichtig nur aus so einem auf das zeichen haben wir die truppen wahrscheinlich warte mal da die truppen da weg sind bedeutet das natürlich dass wir wahrscheinlich gewonnen haben da befindet sich im kampf ok dann bleibt muss das sein ach menno ja aber die kämpfen nicht mit ne oder doch doch jetzt geht's glaubt oder das ist schon ein bisschen komisch gemacht ne was denn jetzt hier muss das sein sind die das jetzt die ich ha flüchten die oder was so weit das kriegen wir die noch da sollen wir hin da sollen wir hin genau da sollen wir hin ja ok ich glaube wir finden sich im kampf ok das ist jetzt nicht so das ideale ziel aber es hat wohl keinen sinn wir haben gerade einen fehler gemacht ok ich glaube die sind ja aufgeregt sind doch ein paar mehr wie gedacht reiterei oder das ne doch nicht das war jetzt der gegner wenn es denn der gegner zu nennen ist gut das hat sich also erbricht schief gelaufen habe in die kaserne und landsknechte gebaut mal wieder drei die frage die dann auch schön bleiben oder ob da naja wir werden es hinkriegen naja freie händler haben wir keine ab und hoppen sind auch keine da was machen die stehen da rum gibt es noch etwas zu befestigen sieht jetzt nicht so aus ne ne wohl nicht ok dann können wir das abbrechen mach ich hier vor straße ausbauen ach ausbauen habe ich das andere war neue straße anlegen glaube ne ist aber auch trotz alledem nichts ne gut sagen wir mal dahin mein imperium ein kaufmann auf stufe 3 alles klar das ist ja so gut wie gar nichts ne so was ist hier überproduktion ja da auch wir können das ausbauen ist ja auch sinnig machen wir da auch da auch da schon überproduktion das bedeutet das machen wir nicht so in die nächste stadt ist das auch überproduktion ja dann bauen wir da noch aus der imk ausgebaut überproduktion und rohstoffe fehlen interessant ach die brau das brauche aus ist das das brauchen wir rohstoffe gut das war das das war das und hier haben wir noch eine stadt gegründet und da können wir auch noch was bauen machen wir dann mal ne so das hier nochmal eine schmiede ok gucken wir dass das größer alles wird ja plus 1 plus 1 läuft und das hier kaum in der stadt sind achter ok auktion handel als gut was machen unsere händler nochmal was macht die entwicklung das ist ja auch wichtig ja ich glaube das mit dem kringel drum haben wir ne weder flugs machen wir mal da wird es auch besser machen wir also auch so werden wir noch vier punkte oder was ist das hier mit schweizgerei ähm weberei holen wir auch aus achten schaltet sich hier noch mehr frei ne Flachwebstuhl aber ich tendiere erstmal dazu Werkstatt hört sich da auch prima an und das ist Büro und Weckerei bestätigung auch mal gut jetzt haben wir keine Punkte mehr nachher die auch was vergeben können hm vielleicht hätten wir das besser nochmal beobachtet jetzt haben wir alles in die Produktion gesteckt aber naja ist ja auch nicht ganz so schlimm so jetzt müssen wir nur eine Stadt gründen dann ne oder Städte ausbauen obwohl hier hier wäre noch interessante Stadt zu errichten oder? wir sind bald da wir sind bald da dann kann ich dann kann ich dann naja kann ich wahrscheinlich nicht ich brauche erst einen Siedler und dann kann ich die Straße oder kann ich... ne ich glaube nicht dass ich dann eine Straße schon bauen kann dann werden wir im Gastros uns einen Siedler besorgen ja was haben wir denn hier mit 100 Arbeitskräfte fehlen ok gut ja dann besorgen wir uns einen ja nach da unten ist der Handwerker wir ziehen los geht mal zur Holzhütte ja dann besorgen wir uns den Siedler und dann sehen wir zu dass wir da oben noch eine Stadt hinkriegen ich weiß nicht ob es geht müssen wir dann checken aber sollte eigentlich möglich sein ne und wenn es denn soweit ist dann würde ich sagen melde ich mich mit der nächsten Folge wieder ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und ne würde mich freuen wir es dann auch wieder mit dabei seid ok das war jetzt nichts wichtiges bis dann tschüss